Das Frühlingsfest im ECE Kapfenberg hat schon Tradition und am 16. und 17. März ist es wieder soweit. Herzlich willkommen im ECE Kapfenberg. Der Frühling, der lässt hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten. Wir feiern am 16. und am 17. März im ECE Kapfenberg das Frühlingsfest. Ein besonderes Highlight wird die ECE Shopping Queen sein. Wir suchen im ECE die Shopping Queen. Man kann sich noch bis 3. März anmelden unter Mein Bezirk, also auf der Wocheseite. Und dann werden fünf Finalisten letztendlich, die die meisten Gefällt mir erzielen, gezogen. Und die fünf Finalisten haben dann am 17. März die Chance im ECE die ECE Shopping Queen zu werden. Die fünf Finalisten bekommen von uns 300 Euro und haben drei Stunden Zeit, das perfekte Frühlingsoutfit im ECE zu shoppen. Die Shopping Queen wird dann durch eine Jury im ECE Live am 17. März, also am Samstag, um 14 Uhr gekürt. Außerdem warten auch kulinarische Schmankerl auf Sie. Nicht vergessen, merken Sie vor, 16. und 17. März, ECE Frühling.